Unser Angebot hört nicht einfach beim Kunststoffspritzguss auf. Ganz im Sinne, alles aus einer Hand, nimmt die Weiterverarbeitung von Kunststoffformteilen einen hohen Stellenwert ein. So können verschiedene Einzelkomponenten vollautomatisiert zu ganzen Baugruppen montiert werden. Für Beschriftungen liefert der Tampondruck hochwertige Resultate. Last but not least bieten wir auch gravurähnliche Beschriftungen mittels Laser an. Unabhängig vom Kundenwunsch arbeiten wir mit den allerhöchsten Qualitätsstandards. So wird durch Entzug von Restfeuchtigkeit im Kunststoffgranulat eine absolut saubere Oberfläche der Formteile erreicht. Was zum Beispiel bei Transparentverpackungen von Uhren überaus wichtig ist. Dazu ein hohes Maß an Automatisierung bis hin zur Verpackung des fertigen Produkts. Gerade nicht benötigte Spritzwerkzeuge lagern bei Priewerk in einem feuerfesten Raum. So kann nach Bedarf jederzeit und innert kurzer Frist nachproduziert werden. Kundenservice von der Bestellung bis zur Auslieferung. Modernste Produktionsautomaten im 24-Stunden-Betrieb. Planungs- und Qualitätssicherung durch ein feinmaschiges Controlling. State of the Art. Willkommen bei Priewerk Kunststofftechnik. Bay absolument zagons- und Qualitätss Pit 해� Straße далее Nu Vielen Dank.